Keep it real, der El Capitano vermittelt seinen Stil. Schnappt zu, Todesrolle wie ein Krokodil. Niemand außer du empfindet, dass ihr für ein Spiel über Weltmeere mit Torpedos und am Kiel. Wir sind heute hier in Berlin im CrackPack Headquarter. Drüben ist Nali, Heiner Kaff, Figo, Braffi, Witt. Wir machen heute ein bisschen Musik. Ja, Mann. Kommt mal mit. CrackPack Headquarter. Ja, Small Beat im Studio. Nächstes Cut sind die Filme, die ich schieb. Nali, Terror, Peak. Oh, classic with the beat. Always busy in here. Always busy. Wenn hier viele Menschen sind und jeder bringt seine eigene Energie mit rein, jeder bringt seinen eigenen Style mit rein, sein eigenes Wissen. Das ist das Größte, was es gibt. Man kann sich aneinander schleifen wie Diamanten, man wächst da dran, man kann Erfahrungen sammeln. Deswegen ist es gut, zusammen Musik zu machen, sich nicht die Beats zu schicken, sondern so wie wir das machen. Zusammensitzen und zusammen recorden. Im besten Fall zusammenschreiben. Ja, so machen wir das hier in Moabit Crack Pack Baby. Ja, wir nehmen gleich was auf für Classic der Dicke. Produceralbum. Da mache ich einen Track mit Nali und Classic. Classic macht den Beat. Ich habe gestern und vorgestern 16er geschrieben. Das erste Mal Offsmoke. Mal sehen, wie der kommt. Ich habe richtig Bock. Gleich geht es in die Boof. Rap noch einmal. Mach noch einen Take. Wieso nicht? Keep it real. Der El Capitano vermittelt seinen Stil. Schnappt zu, Todesrolle wie ein Krokodil. Niemand außer du empfindet das hier für ein Spiel. Über Weltmeere mit Torpedos und am Kiel. Sement Show am Meeresboden, wussten sie zu viel. Größer in der Schilddecke nach verkackten Ziel. Und nicht so grenzdebil. Mit geschlossenen Augen verfolge ich mein Ziel. Sieh, ganz andere Eleganz, wenn ich tanze. Rap war nicht erfunden, Lutten hießen Blunts. Zeit zu weit, so raus. Eltern waren noch nicht zusammen. Was hast du verstanden? Sag, was hast du verstanden? Reiter auf dem Battle Elefanten, es ist Krieg. Krimineller Mensch, aber sicherlich kein Dieb. Indirectors Cut sind die Filme, die ich schieb. Nali, Tara, Pete. Classic mit dem Beat. Ja, ich würde auch in die Hook schon mal mit reingehen. Weil da mach ich noch so bla bla bla. Wir machen jetzt die Ad-Libs. Selbst ist der Mann, selbst ist der Mann. Bla bla bla. Soll ich mal rüberkommen? So machen wir das. Brauchen da nicht lang. Wir brauchen da nicht lang. Wir fucken da nicht lang, 16er, eingerappt. Boom. Da steht jetzt eine Ecke. Da steht jetzt eine Ecke. Mal. 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 Wenn ich klein mache, bin ich interactives체ischonde. Mal. Ja. Mal. 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 Ah ja. Dann behältst du das Intro, ja. Oder zu nem Blätzchen und Würst geraucht wie mein Sasa. Werde langsam Gaga, denn ich rauchte, ist zu oft. Doch das einzig Effekt, ziehe wir gegen die Bilder in meinem Kopf. Die Gedanken, sie haben Zoff. Kämpfen für Geltung, passen nicht in die Birne. Platz bleibt mir... Nee, weil ich hab davor schon verkackt. Ja, genau, da hab ich verkackt auch. Danken, sie haben Zoff. Kämpfen für Geltung, passen nicht in die Birne. Platz, nix mehr Gesichtserkennung, laufe rum wie enthauptet. Doch sorge trotzdem für Outputmen, Brudis, Apostel Paulus, am Cyphern, Turis, am Schaulust. Komm nicht zu nah, ich beiß euch den Kopf ab, Tyrannosaurus. Frisch aus der alten Schule, keiner fragt nach Numerus Clausus. So sei es, überzeuge dann eben, mir was heraus muss. Präzise mit jeder Linie, traf auf das Auge des Taurus. Hu, 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 blö! Alright, um coming up. Nice. Ich würde aber sagen, dass mein Take davor besser war, weil heute bin ich verstopft. Ich versteh schon, das ist einfach so. Shit. Nali ist jetzt gegangen. und sein Homie. Wir haben gerade den Track für Classic, der dickes Produzenten-Album aufgenommen. Ist einfach geil. Wartet, bis der rauskommt und checkt jede Insights-Folge, die davor war. Lernt uns kennen, bro. Bis später. Hi, Eileen. Was geht denn? Hello? Frankfurt represent! Was geht hier ab? Hey, tschüss. Hey, Eileen, was geht? Hätte ich das gehört, dann sehe ich es auch. Hey, Eileen. Bad und programmes. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. U-huh, oh, oh. Proper, baby. Losed out to the max, we out in Berlin right now. Getting fresh here tonight, you know what I mean? Und wir haben die Zaza, wir haben alle Zaza und die Orange Juice, das ist gut. Wir haben nur Bars, es sind nur Bars. Bars für immer. Ich bin bereit für den Rockmaster Show. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.